willkommen bei der silverrc ich habe im titel was geschrieben von die besten crawlerräder oder so ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie ich das video nenne aber das ist halt auch so ein bisschen inhalt dieses videos es ist nicht ganz so einfach wirklich gute felgen zu finden die auch auf jedes auto passen und gerade die beiden ich nenne das mal flaggschiffe der rtr autos wie der sherpa und auch der der trx 4 haben ja diese portale und noch zwei drei autos glaube ich auch wo halt nicht jede felge drauf passt jetzt gibt es aber die aus der räder die man bei amazon für 43 euro pi mal daumen kaufen kann die sind komplett die sind auch schon hier drin die habe ich bestellt für den für den df den ich euch vorgestellt habe es übrigens eines der erfolgreichsten videos was ich jemals gemacht habe in sehr sehr kurzer zeit sehr sehr viele klicks fehler dafür und ja wie würde ich mich euch immer vorstellen ich fahre die räder selber schon auf dem sherpa zwar nur die felge da heißen die den in jura die links findet ihr in der video beschreibung ganz wichtig ich sage das jetzt mal dazu das sind keine affiliate links also sprich wenn ihr die kauf kriegt dann nicht irgendwie zwei euro 50 von ab ist mir völlig egal ich bin auch eigentlich dafür support your local dealer aber nicht ansatzweise kriege ich sowas in deutschland muss man einfach so sagen und die sind auch nicht zu bekommen also selbst für den händler keine chance selbst wenn er wollte kriegt er die nicht für den preis schon mal gar nicht ja die schauen wir uns jetzt so und zwar genau so sind alle drei satz angekommen die ich habe hier sieht man meinen anderen den habe ich auch noch die räder die reifen sind nicht ganz so gut wie die die ich gleich zeigen noch besser sind die rc 4 wd ich muss das mal gucken ich glaube die ist ein super swamper genau super swamper die habe ich auf dem sherpa gucken wir uns auch gleich an die sind aber teuer also da zahlt ihr richtig geld für dieses gummi aber die sind auch richtig richtig gut allerdings low budget findet ihr hier richtig richtig geile pennen wie man am schärfer am df ja sieht da ist low budget definitiv etwas was gut ankommt so da ist nichts anderes drin war übrigens diesmal so clever habe meine adresse weg gemacht so kriegt ihr sie aus der hobby original factory team parts ja ich habe sie gekauft deswegen ist wirklich kein werbevideo das ist jetzt mein erfahrungsbericht die können was mit denen habe ich auch das video räder auf klein gemacht einfach mal hier auf dem kanal gucken wir holen jetzt einmal raus diese reifen heißen auch super swamper die sind auch vom profil und von der gummi festigkeit auch ganz okay und viele sagen wir sind ein bisschen weich ja okay die sind sehr weich aber dafür haben wir auch enormen grüpp weil sich natürlich durch die durch das weiche gummi die auflagefläche je nachdem wie viel kilo der wagen wiegt erhöht jetzt muss ich noch mal ein schraubenzieher 1,5er inbus braucht ihr um diese reifen zu verschrauben ich habe gedacht die kommen als bausatz kommen sie nicht haben sechs schrauben die müssen wir kurz lösen dann nehmen wir den reifen mal auseinander um den einmal komplett zeigen zu können ihr solltet ja sehen dass ihr da bekommt ihr bekommt natürlich für diese knapp über 40 euro vier davon das silver bingo können wir auch wieder spielen mick schraubt im video dann kann ich auch gleich auf euch gleich auch noch ein trick verraten wie man die vielleicht ein bisschen besser zusammen kriegt wenn man vielleicht dickere einlagen verwenden will das funktioniert sehr sehr gut sind edelstahl schrauben deswegen nutzt ihr bitte gutes werkzeug aber das habe ich euch ja schon häufig gesagt so alle sechs sind raus das ist jetzt kein großer akt dann drückt ihr die da raus irgendwie dreiteilige felge auf diesem ring macht ihr nachher übrigens die bleigewichte wenn gewünscht ich die einlage da mal raus ist gar nicht so einfach weil die ist ganz schön dick und das loch ist ziemlich klein ihr kennt ja dickes ding kleines loch blöde sache so sehen die dann aus sind aus einem stück gefräst geschnitten wie auch immer da ist nichts von der klebestelle dran die sind relativ weich da muss ich auch jedem recht geben der das so sagt aber die funktionieren halt einmal die wirklich schön weichen gummi reifen ein bisschen stinken die auch ein bisschen mehr auch und ja also einlage wieder rein macht ihr so drückte die da rein und seht zu dass die da sauber drin liegt weil wenn ihr dann knick rein macht dann läuft der reifen nachher scheiße so jetzt pack ich die anderen drei mal weg das ist natürlich bei allen vier das gleiche und wir setzen die felge mal wieder zusammen das ist ganz einfach damit fangen wir nicht an setzen erst den ring da rein und der wiegt wirklich gut was das ist ein aluminium metall irgendwie sowas steht da nicht bei was das ist vermute das jetzt mal ich gehe davon aus dass das alu stahl so das sitzt jetzt könnt ihr da hoffentlich sehen sehr sehr schön in dieser nut drin drückte das oberteil darauf sieht zu dass das möglichst da nicht rausrutscht dann das unterteil das sollte dann so sitzen dass die ist noch wichtig dass die löcher von den schrauben da drauf passen ihr müsst ihr aufpassen schraubt das bitte vorsichtig auf weil die gewindegänge sind hier in dem metall drin das hat natürlich den nachteil wenn ihr dieses loch dieses gewinde kaputt macht ist die felge theoretisch kaputt ihr könnt aber auch eine längere schraube nehmen und dann hinten einfach eine mutter darauf setzen das würde auch gehen sofern euer auto das zulässt so probieren wir jetzt mal da möglichst gerade drauf zu kriegen notenfalls hilft auch ein bisschen ein inbuss schraubenzieher womit ihr das versetzen könnt das geht sehr sehr gut aber ich das kriegen wir hier ganz gut hin so umgedreht richtig ist beim zusammenschrauben wie beim echten auto wenn ihr von sommer auf winter oder andersrum wechselt immer gegenüber liegen schrauben so verhindert ihr dass die klemmen und ich schraube jetzt einfach noch mal zwei stück ein das sind schon sehr kleine schrauben warum packt die schraube jetzt nicht mein gott jetzt will die schraube nicht so wie ich das will die vielleicht nicht so dann fällt sie halt raus ja ist natürlich sehr schön bei den anderen hat es immer reibungslos funktioniert müssen jetzt ein bisschen drücken das klappt schon es ist manchmal so ein millimeter der da fehlt wenn überhaupt das sagt alles sehr passgenau jetzt greift sie sehr passgenau jetzt habe ich auch die andere schraube genommen da muss es natürlich passen dann machen wir es halt sternförmig das geht auch aber ihr solltet ihr nicht hingehen und sofort eine schraube rein drehen und die anknallen dann verkantet das dann kriegt ihr die nicht rein das könnt ihr vergessen dritte schraube ist drin dann seht ihr auch immer die schraube die am weitesten rausschaut die dreht ihr dann wieder rein und so geht ihr halt vor bis ihr den widerstand merkt mit einem sechsen die anderen könnt ihr natürlich so festziehen achtet darauf dass das hier immer schön bündig sitzt dass das passt zwar auf beiden seiten ich habe schon mal für ein kumpel gemacht gerade fertig und das war eine mordsarbeit und dann quillte das hier raus wenn eure einlage oder sowas das zu dick macht und die kriegt die felge nicht zusammengedrückt dann nimmt bitte einfach eine längere schraube beziehungsweise zwei dreht die rein zieht die schraube fest oder ein bisschen fester und zwar so lange bis ihr diese schrauben rein kriegt dann dreht ihr wieder zwei andere rein könnt ihr die langen raus drehen und dann macht er das so nur mal als kleiner tipp aber warum funktionieren diese felgen und nicht andere oder viele andere nicht auf sherpa und co das ist ja das entscheidende dabei und ich drehe mal einmal das rad vom sherpa ab wie ihr seht ich habe mich vorbereitet ich habe mein werkzeug diesmal in der zesche gesteckt so sieht das sherpa rad dann aus da sind bleigewichte drin deswegen ist das auch ein bisschen fester diese reifen sind wirklich mega geil rc4 wd hat der metz mir damals besorgt wenn er sie noch im shop hat verlinke ich euch die wenn nicht google hilft die super swamper rc4 wd irox die sind schon mega gut so also dadurch dass sherpa und co natürlich klimmer jetzt dadurch dass ich würde den rad mitnehmer zeigen macht das hoch ja seht ihr genauso viel der der innenkot flügel so seht ihr das dadurch dass der sherpa und der tx4 portale haben könnt ihr eine felge nehmen könnte ich eine felge nicht nehmen die vom abstand von hier nach da nicht so viel platz hat und sehr sehr viele felgen haben leider gottes genau hier relativ dicke wulst dann passen die hier nicht drüber abhilfe gibt es könnt andere rad mitnehmer verbauen die dicker sind um ein bisschen offset zu erzeugen die braut müsst ihr aber schon relativ groß wählen dann je nach dicke der felge die hier die aus da passen perfekt kein schleifen nichts da sind noch so drei vier fünf millimeter platz zwischen bessere könnt ihr nicht montieren ich mache jetzt die originale die die ich dafür ausgewählt habe auch drauf und ihr könnt im video auch sehen dass der wirklich sehr sehr gut geht insbesondere in dem video mit dem tx4 muss ich sagen hat er wirklich richtig richtig geil performt der sherpa meiner meinung nach einem tx4 nichts nachstehend was die performance angeht da ist er richtig gut out of the box schon und ich habe hier ganz wenig geändert außer die reifen und felgen und auch den regler sowie motor habe ich geändert ich habe nicht mal den dämpfer aus der lenkung rausgenommen ich habe nicht mal das servo getauscht und der fährt super geil ich habe auch keinerlei bedürfnisse irgendwas dran zu machen weil er läuft kann natürlich ein bisschen bisschen tuning bisschen optik machen und so weiter wenn man dann drauf steht leute die mich länger verfolgen wissen ist jetzt nicht so ganz meins ja gut das soll das video gewesen sein crawlerräder für 40 euro ich denke so nenne ich das danke fürs zuschauen viel spaß beim nachbauen bis zum nächsten mal bei der silva sie bei bei